Okay, nächste Runde Multiplay-Cook Mit Tobi Kenn ich nicht Ich weiß gar nicht, ah hier Minigames, genau, dann kann man die ganzen Sachen Wir spielen zuerst mal das Race, würde ich sagen Two Humans Ganz bestimmt, ich bin kein Mensch Autoplay, hopp One Spaces, ah ja Also mit B springst du ein Feld vor und mit A Zwei So, ich bin jetzt mal easy Easy, wir müssen alle Schwierigkeiten eh durchgehen Ah, guck hier, wie ich vorankomme Warum muss eigentlich Kirby so ein Mist mitmachen Der könnte doch die ganze Zeit drüber fliegen Genauso wie die anderen aber auch oder Tja Oder bilde ich mir das jetzt nur ein Nein, schon wieder etwas Ah, das ist schlimmer als diese Wettlauf mit der Haruja-Ratte da Du verdammter Frosch Keiner mag dich, keiner wird dich küssen Weil keiner glaubte, dass du ein verwunschener Prinz bist Du willst doch eh nur unser Geld Oder? Ja, auf jeden Fall Komm mal hier, Kirby ist voll der Weltmeister Im Zweitsprung slash Höhenlauf Ich bin der Zweite empfinde ich Ich bin so flott gewonnen Ja, komm mir überhaupt nicht vorwärts Wenn sie da so rummacht und nicht vorankommt Ich komm mir überhaupt nicht vorwärts Weil sie ist schon viel zu Abgewandt So, play another game Damit wir die Schwierigkeit ändern können Oder machen wir Oder wollen wir gleich zu hart gehen Hart, natürlich hart, natürlich hart Das ist doch langweilig Das ist doch langweilig Das ist ja noch nie die Zweite Schwierigkeit freigeschaltet Das war nicht wahr, ich bin so unfähig dafür Guck mal hier, der Donkey Kong auch im Gastauftritt Gab das seine Banane dahingeschmissen Tja, irgendwo muss er ja auch sein Greenpeace, äh, Peter beschützt ihn Und Greenpeace beschwert sich bei ihm Weil er so an Umwelt, äh, verschmutzender Finke Nein Da flutte Banane, das meinte ich Screw you donkey Immerhin aber besser als sich als Reptil in einen Schimpansen zu verwandeln Ja, auf jeden Fall Oh Gott, ey, die ganzen MK-Zitate Hier muss man auch verredet, was hier da rein ging Nein, ich fahre alle Hindernisse rein, ey Guck mal, der Gayman-Pinguin im Schlafschlag Okay, Quatsch nicht nur schlafen, der Schlafmantel ist, äh, nein Im Pyjama, was? Nein, Bademantel, so, jetzt hab ich Okay, play another game Was? Was? Bum, 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 Bum Haha, voll Kirby Mania Ich bin auf Intense, natürlich Das ist sehr langweilig Ah, I see what you did there Bum, 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 Bum Also, Bum, ist die anderen Handschubs, oder was? What the fuck is going on? Bum, 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 Bum Ich will mich auch nicht auf diesen Weg zu bekämen K determine Stop it, man Was ist denn this? Bum, 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 Bum Guck dir die Semester am Augen von Kirby an Bum, 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 Bum Guck dir die Semester am Augen an Bum, 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 Bum Ja, ich habe CNT gesammelt Bum, Bum, Bum Bum, 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 Bum Jetzt können wir neujahr feiern und Silvester, was ich habe Feuerwerk schon mal gekauft Bum, 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 Bum Ich hab im Frühjahr Feuerwerk gekauft guru, Bum, 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 Bum Geht weg, Geht weg ich will hier umbauen kann man im kampf chinesen wenn er so stehen bleibt guck mal hier die augen vor die augen vor dem kampf chinesen habe sie bestellt die ente ist die sauer 32 mit weiß geht da extra zusammen mein kopf und gab es nicht irgendwie so in den 90ern war so ein film mit so einem regenbogen die farben verloren weil da irgendwelche kristalle drauf gesammelt haben kennst du den da wurde alles schwarz weiß in dem film irgendwie irgendwas mit rainbow ist ja so jetzt ist kein wunder wie das passiert ist du oder apokalypse 2012 das mit war happy birthday ist der bier werbung in meinem video ja ich habe sechs in zahlen sechs eingesammelt ja hier vielleicht auch jetzt spielen wir sowieso das lustigste wir spielen checkerplattform checkerplattform natürlich er habe ich bin checkerplattform wir sind im universum hier deck die schieft kredite doppel k k ich bin das lustige bei dem spiel ist das wirklich dass dafür sorgen kannst du wirst in welche reihe hier und das DUDE da ist bestimmt Ruhe warum fallen die eigentlich runter die können doch alle fliegen wir sagten Was ist denn los mit euch? So, ich höre Schatz mich jetzt sehen, sie geht weg. Obwohl das ist... Nein, Moment, das ist keine gute Idee. Nein! Du verdammter Dede, ich bin gerade reingekommen, da hast du mir einen Platz weggenommen. Tja. So, das geschieht euch recht, dass wir jetzt weniger Platz haben. Eier. Oh, nein. Ja. Oh, nein. Wie sie alle runterfallen. So lustig. Guck mal, da könnt ihr jetzt Super Mario Galaxy spielen. Das ist der Todesstern, ich hab's ganz genau gesehen. Wir spielen nochmal, damit wir wenigstens auf 10 Minuten Aufnahme kommen. Das kenn ich nicht. Gibt's dich. Duuude, warum bin ich immer der Erste, der runterfällt? Nein! Du bist... Du bist der Big Green! Nein! Das gibt's nicht! Geht weg! Nein! Ey! Wo ist hier Plattform, bitte! What the Plattforms? Ach ne, Moment, wir sind nicht bei SSB. Geh weg! Geh sch... Ich bin gleich wieder der Erste, der du... Ich bin derjenige mal gewesen, der hier die Intenzschwierigkeit zeigt, das kann ich gar nicht mehr glauben. Ja! Guck mal, ich geh jetzt da runter und zum Popstar. Am heiß dieser Planet Popstar, das macht sowieso keinen Sinn. Lustig finde ich sowieso, wenn ihm so die letzte halbe Minute anfricht, dass die Plattform dann kontinuierlich kleiner wird. Und tschüss! Ich hab Schokolade in den Gästen. Guck mal hier, wie die Rom macht! Schon wieder der Gelbe gewonnen! Soll das jetzt irgendwie sowas politisch sein, dass die Gelbe in Deutschland gewinnen könnten? Glaube ich aber nicht. Weil, äh, nämlich Philipp Rössel ist zurückgetreten und er ist jetzt als Haruja bekannt. Damit er bringt, Let's Bay! Warum bin ich immer der Erste, der wo ich das ist? Warum bin ich immer der Erste, der wo ich das ist? Hier, Fall! Nein! Das ist doch total nett ab... Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ihr seid auch blöd! Ja natürlich! Ich hab aber nicht andere Papier gemacht! Hm... Duuut! Duuut! Aller wegen euch allen nur mal nur runter hier! Tja, das war lustig meinte! Schmeckt's auch gerade! Die mögen sich nicht! Ja, das ist total messig hier! Aber guck mal, jetzt hat Maladele gewonnen! So, noch eine Runde! Der hat nen Stift! Wo der Pinsel! Ja, die hat immer so nen magischen Pinsel, damit kann die, als die besessen ist, in dem Hauptspiel hier von, äh, Gegner aus dem Gemälde, taubern! Oh! Ich bin mal nicht als Erster runtergefahren! Noch nicht! Scheiß, hätt ich noch meine Kapkan! Hätt ich! Meine Kapkan! Ja, ich bin trapped! Ja! Ja, ich bin nicht der Erste, der Leben verliert! Screw you! Nee, nee, nee! Das geschieht dir echt! Tja! Nein! Das Problem ist, du siehst den Fall schon, die ent je gegrasen, aber du hast schon A gedückt, weißt du? Ja! Da hat man dann ein Problem! Ah! Geht weg! Das sind meine Platten! Hört auf, die Gelb zu malen! Nein! Gelb ist aber so schön! Nein! Guck mal! Körpig ist der einzige, der pink männlich aussehen lässt! Ja! Ich bin mal nicht als Erster raus! Ah scheiße! Guck mal! Die haben doch fast alle liebte! Was ist mit denen los? Weil wir mal die... Weil wir mal ihre Fallen gelaufen sind! Ich hab mich selbst eingeschmert, glaub ich! Ja, das kann auch sein! Bitte! Bitte! Danke! Na gut! Ich möchte diesen Tempst nicht kommen! Bitte! Na gut! Sehr genau! Fick bist du nicht! Gäme dich! Ah! So viel K.O. Ne, aber noch dreimal! Okay! Soviel zu den Kirby 460-